moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ja wir suchen das grab von akasha und müssten jetzt sagen wir mal so ein bisschen nordmars aufräumen hier in der nähe gab es ja auch noch irgendwo orks die ich beseitigen muss ich weiß gab es da hinten auch noch irgendwie ein grab oder so was ihr irgendwo müssten noch gräber und so weiter in der nähe sein wir werden wahrscheinlich wieder gegen untote kämpfen dürfen ganz nordmars absuchen daher vor allem ist jetzt erst richtig bewusst geworden dass das hier drei verschiedene länder sind und nicht dass ich hatte angenommen gehabt dass alles alles drei das ist mütana beziehungsweise mit dem unbekannten land hier wo man nicht hin kann zusammen aber nee das sind drei verschiedene länder das ist mir jetzt erst richtig bewusst geworden wir haben aber auch zu wenige rezepte fällt mir klar rein wir müssen mehr rezepte kaufen da gibt es wieder orks ich speichere einmal hier ich werde nicht zertreten wenn du herkommst darfst du gerne versuchen so soll noch ein bisschen näher kommen so die entfernung wird reichen die nächste bitte ich werde nicht töten ich werde nicht töten so findet er da sehe ich wieder einen schamanen ja komm gegen zwei kann ich auch kämpfen oder auch nicht so der ist erledigt einmal speichern und mal gucken ich habe aber auch so das gefühl wir werden wirklich alle bekämpfen müssen am ende der ging jetzt einfach so der nächste bitte Du bist kein Gegner für. Ja, so einer. So, ist er in der Lage? So, hier bin ich in der Lage gegen den zu kämpfen. So, da hinten ist denen das nicht aufgefallen. Wo ist seine Waffe da? So, nochmal speichern. Ich versuche mal den nächsten anzulocken. Ah, noch so einer. Du musst herkommen. So. Komm. Hier können wir kämpfen. Jetzt ist da nur noch ein Schamane und wenigstens hat der mich gesehen. So, hier können wir kämpfen. So. Der Schamane reagiert nicht. Das ist immer gut. Finde ich ist ein gutes Zeichen. Dann können wir den schon mal erledigen. Ich werde dich zerschnitten. Ich werde dich zerschnitten. Ja. So. Das war's mit dem. So, hier haben wir Eisen. Aber Eisen brauchen wir nicht. So, einmal vielleicht die Suppe. Und jetzt ein bisschen Fleisch. Wir müssen aber auch noch ein bisschen Fleisch haben, ne? Damit wir braten können. So, 16 rohes Fleisch. So, was haben wir hier? Schnapsbeere. Perfekt. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich anfangen zu suchen? Hier haben wir einen Graf. Achso, ich bin... Ja, gut. Egal. Dann gehen wir mal diesen Weg. Diese Richtung. Ah, die Wölfe wieder. Das sind hoffentlich nicht so viele hier. Doch, das sind sehr viele. Dann werde ich nicht überleben. Ja. Okay. studierig werden da 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 rennen so ja jetzt nicht einmal mehr was machen um weg zu kommen weil er noch mitten in der animation war so okay das heißt dann vielleicht nur ein paar wölfe da raus locken oder an denen vorbei kann ich da nee ich kann da nicht auf den felsen da hatte ich dich hier schon nö schönes bild gerade ach hier bin ich ist das eigentlich nur die frage wo da haben wir ein grab stimmt hier ne jetzt nur die frage wessen grab ist das dann speichere ich hier die frage da sind auf jeden fall sehr viele und tote so der erste ist das erledigt da so viel schaden machen die aber auch nicht mehr also die normalen skelette meine ich jetzt so dass ich sogar eine fleischwanzen da ja ja so nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit nochmal ein stück bleib essen speichere ich noch einmal so ich hole mal ein paar mehr raus hier wird das wird jetzt spannend dann da 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 ja ja okay das war nein genau jetzt nein genau jetzt so und was mit dir sticht er mir einmal in den rücken unglaublich so das heißt jetzt zweimal fleisch essen geht mal von aus dreimal glaube ich so so wir kommen jetzt wieder drei vier okay selbe spiel da 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 ja komm da da komm jetzt genau jetzt ich da 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 ich bin ich bin schon eigentlich ein guter schwertkämpfer hier würde mich schon interessieren was ihr irgendwie so für äh richtung eingeht sagen wir mal so von äh also welche klasse ihr macht und welchen kampfstil ihr bevorzugt da da nein da 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 ging mir jetzt gerade wieder auf den sack so vielleicht einmal so nennt so ein eintopf wieder und noch ein stück fleiß hier sonst noch waffen abgesehen von den knopfen sonst noch was dann einmal noch mal speichern und den rest noch mal rauslaufen nein so jetzt kommt der nächste und wieder der nächste du darfst herkommen so was ist das denn jetzt mit der musik ist aber auch sehr leise speicher einmal so wo ist die fleischwanze ich habe hier eine visierter so die nehmen wir auch noch mal mit hier ist eine eiswand muss ich irgendwas machen da sind noch eine untote aber okay hier ist wenigstens licht so die nächsten bitte war da auch ein zombie war da ein zombie so wir passieren ist nämlich ein mieser trick von dem wenn die von hinten angreifen Ich glaube, da ist ein Zombie. So, jetzt beide mit einmal vor mir haben. Kommt der nächste schon? Dann nehme ich hier nochmal alles mit. Wo ist der andere? Da. Und da. Das sieht wie was Besonderes aus, was da untot rumläuft. Mehr als nur ein Zombie. Ich finde es super, dass dessen Köpfe aber hier alle wegfliegen. So, was futtern und nochmal speichern. Okay, Skelette kommen. Aber auch zum Glück bis jetzt nur Skelette. Jetzt drittchen. So. Wo soll meine Sichtweite kommen? Da. 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 Gehen wir auch mal mit. So. Geht viel schneller. Noch mal speichern. Ich habe eher gefühlt den Obermacher von den Undoten. Kriegen wir auch jetzt gleich. Oh. Jetzt kommt ein paar mehr. Das sind ein bisschen sehr viel mehr. So, jetzt erledigen wir ihn doch mal. So, sollen die hier hin kommen? So. So. Munition kriegen wir auf jeden Fall ordentlich durch die. So. Rostiges Schwert, noch mehr rostige Schwerter. Kann man alles gut verkaufen eigentlich. noch mal was voran da waren noch einige an untoten drin oder es nur einige gekommen so der big boss kommt jetzt der ist aber sehr langsam so in der zeit bis er da ist was weil da so erst mal voran wir brauchte jahre besser da ist sobald allen barbaren streit ab so das wird gespeichert definitiv wenn wir beide besiegt haben so ich habe euren boss hier erledigt was wollt ihr doch ein bisschen viele da so hier auch noch mal alles mitnehmen ich brauche dringend quick loot werden wir uns noch mal wieder fleisch es ist auf jeden fall nicht das grab was ich gesucht habe leider du dich jetzt feststellen es ist nicht akashas grab da 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 weg mit euch da 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 wäre ich von irgendwo anders noch angegriffen perfekt dann habe ich jetzt hier glaube ich alle erledigt oder so machen wir so geht viel schneller die fleischwanze einmal luten so gibt es hier sonst noch wird auch ein dietrich nein ein dietrich das runensockel dort ist ein loch in dem sockel dort kann man etwas hineinstecken neukest weil das drab so irgendwas stimmt jetzt wieder mit der kamera nicht kann ich mich hier auf den ton setzen ne ich brauche einen dietrich kann ich irgendwas eben machen damit die kamera wieder vernünftig ist sobald das grab ist zumindest schon mal eine eigene quest aber da geht es ja auch noch weiter so ich gehe mal richtung lagerfeuer was hingen wo in der nähe war manchmal so so schnapsbeere dann auch noch oder ein top äh hier zum top geht auch es triggert dann eine andere animation so habe ich nichts habe ich es aber egal animation ist getriggert und der ist wieder normal okay bald das grab ist zumindest schon mal falsch wir suchen akashas grab ist das jetzt hier auch so angezeigt in akashas grab ähm weil das grab gehört zu feuerplan okay warte mal wenn ich den weg wieder hoch gehe die orks sind aber auch sehr oft an irgendwelchen gräbern hier im nordmark wenn ich den weg hier nochmal hoch gehe also entlang gehe war da hinten das mit diesen dämonen und den orks und so weiter würde mich jetzt schon interessieren ob das jetzt hier hinten war also das hier führt ja jetzt ganz normal richtung kloster aber gab es da nicht irgendwie noch eine abzweigung oder sowas ich weiß ja bis jetzt noch nicht so wirklich wo ich hin muss also ne das ist direkt beim kloster dann jetzt so noch ein energy warte mal wessen clan ist das jetzt wir gucken jetzt gerade nach osten der ahnengräber wir waren hier dann müssen wir da noch hin da 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 und da und was ist das für ein roter punkt das ist das hier gewesen jetzt hier wenn ich jetzt zu dem einen da noch mal hingehe gucken wir nochmal auf der karte wo wir genau sind und dann können wir daran uns auch orientieren wo wir zu den anderen hin müssen ne da lang wollten wir und den orks vorbei und dann dort noch mal gucken bei dem ein grad wo wir jetzt genau sind wo wir uns befinden beziehungsweise kann man uns jetzt schon da sind wir ja das war das hier dann ist da unten schon der nächste ok warte mal für irgendwas haben wir aber auch schon ein ding arnstein von berg arnstein von berg haben wir schon ok so an den welchen gehe ich jetzt erstmal noch vorbei und hoffe dass die jetzt nicht auf mich losgehen so und so so das nehmen wir auch nochmal mit ähm ich speichere einmal bevor ich mich mit denen anlege wechsel die waffe bitte ja erster ist erledigt ja so renn 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 so jetzt uh das war knapp das war knapp so noch ein bisschen fleisch gönnen vielleicht noch mal so eine suppe also ragu speichern da ist ja nur noch ein wolf übrig da hinten eiswold nein das sind sogar mehrere so wenn wir jetzt auf die karte gucken müssen wir da lang was ist das was ich da höre ok meint voller krieger direkt hier aber auch ein bisschen mehr schaden machen so hier kann ein bisschen mehr sehen da hier gab es sogar zang perfekt noch mal speichern hat mich schon gewundert hier gibt es mein voller krieger eisenader und jetzt die nehmen wir natürlich mit ich weiß jetzt nicht ob wir auch ihr eisenerz brauchen haben die auch mal vielleicht mit so und hier die wieder aktivieren und noch mal auf der karte gucken ich glaube ich weiß wo wir gleich sind irgendetwas anderes höre ich da auch noch das müsste dann jetzt gleich da hinten sein meine ich hinterm säbelzahntiger weiß ich nicht ich speicher einmal bevor ich auf den losgehe so mit tatze nein da kommt nichts weiter Jetzt visiert den Richtigen an. Der ist ja immer noch hinter mir, ja. Okay. Der ist weit genug weg. Das heißt, jetzt können wir speichern und den nächsten auch noch fertig machen. So. Ach, der hat wieder volles Leben, natürlich. Der will mich doch verarschen. Ich dachte, der will mich jetzt wirklich verarschen hier. Was kommt da? Den Kampf werde ich nicht kämpfen. Nicht bei so wenig Leben. So, hat die Suppe auch nochmal. Jetzt nochmal speichern. Beziehungsweise gucken, wo genau befinden wir uns jetzt. Da oben. Respekt an den Hirscher auf jeden Fall. Kriegen wir ihn da runter? Wo war die andere Säbelzahnkatze? Da. Der will mich doch komplett verarschen. Renn! So, das müsste reichen. So. Wie viel Leben hat er noch? Der füllt sich aber nicht auf. Und so, jetzt kommt er wieder. Ach, hier kommt er nicht hoch, oder wie? So, speichern. In den Säbelzahnkatzen. Ich hasse die Viecher. So. So. Ich brauche von denen da zwei. So. Nuh mal bei voran. Da sind noch mehr Wollbisons. Vielleicht einmal speichern. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind, oder? So, mal gucken. Alter, wie die sich hier alle jetzt durch mich wegbewegen. So. Hier ist noch einer. Ist das das Lager, was ich denke, was das ist? Sieht danach aus. Jorn? Nee, nicht er war das. Jenga? Hier sind deine Fälle. Dann haben wir alles zusammen. Du bist ein guter Jäger. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Der Wolfsklan schuldet dir was. Davon kann ich mir nichts kaufen. Stimmt. Hier, den Bogen hast du dir verdient. Äh, Kompositbogen erhalten. Zeig mir deine Ware. Ähm, Bisonfälle wollt ihr noch haben. Okay. Was hat er hier? Hat er Rezepte? Rezeptschnaferfeil. Nehme ich mal mit. Ja, komm. Wir haben eh mehr als genug Gold. Hol ich mir Rezepte. Lisk? Bringen wir was über die Jagd. Dringen wir was über die Jagd bei. So, wie sieht's damit aus? Dazu bist du noch nicht bereit. Aha. Gut so. So, jetzt habe ich noch fünf Punkte. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Jetzt habe ich keine Lernpunkte dafür. Schade. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Ähm. Ja. Mehr als 20.000 Punkte. Okay. Ähm. So, ne. Hier, Map. Bin schon dran vorbei. Wo ich hin wollte. Aber ja, okay. Mir passt das jetzt so. Ist das Grab vielleicht da unten, oder? Was ich suche? Ne. Okay. Interessant, wie die Musik jetzt wurde. Ich weiß nicht. Überlebe ich den Sturz? Ich springe mal runter. Und gucke, was da unten ist. Ach so. Das ist das hier. Geil. Geil. Ich habe jetzt nicht geahnt, dass das ist, aber okay. Bin ich einfach in die Schmelze gestürzt. Warum nicht? So, aber wenigstens am richtigen Punkt gespeichert. So, Zauberwurzel. So. 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 Ich gehe mal den Weg hier wieder hoch. Dann vielleicht da lang. Dann vielleicht da lang? Müsste es hier nicht irgendwie einen Weg jetzt nach oben geben? Ich bin irgendwie gerade ein bisschen orientierungslos. Ich versuche mal an denen vorbeizugehen einfach. So, okay, gegen zwei darf ich es vonnehmen. So. Wir wollen, hast du ja noch zwei Stück. Geschafft. So, Eisenheim. Wo befinde ich mich jetzt? So, die beiden nehmen wir mit. Bis jetzt noch kein Schimmer, wo ich bin. Obwohl, warte. Doch, ich glaube schon. Ja. Hier sind ein paar Orks, die... ...nicht mehr existieren wollen. So. Übermut. Übermut. Ja, gut. Ja, gut. Kann mal passieren. Kann mal vorkommen. Aber wenigstens haben wir das Ding wiedergebunden. Wo auch das Grab ist. Aber ich will zuerst die Orks hier loswerden. ...die sind da aber auch am Feiern, ne? Du bist kein Gegner für mich. So. Und da ist das Grab. Bleib stehen! Das ging ja schnell. So, aber ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir das da und das da in der nächsten Folge machen. Sorry für den Cliffhanger. Ja, aber ich glaube, das macht mehr Sinn. Nachher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Oh no! Untertitelung des ZDF, 2020